Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der Traumschleife der Bergener unterwegs. Diese Wanderung hat etwa 11 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Morgen! 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 尖т Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020